Hallo Freunde, ich wünsche euch eine schöne Adventszeit. Ich male euch eine Adventsglocke für die Weihnachtszeit. Und mit Entlassern guckt ihr einfach zu was ich mache. Ich mache hier erstmal Kondierung, außenrum. Hierzu erstmal Kondierung. Das kann ich später richtig malen. Das kann ich später richtig machen. Das kann ich später richtig machen. Jetzt ist Kondierung fertig und später mache ich das viel rund. Das kann ich später richtig machen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020